Hallo Leute, ihr habt mich ja schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich habe momentan einen Nebenjob als verdeckter Ermittler im Bereich Doping. Ich bin gerade auf dem Weg nach Paris und da muss ich die ganzen Sportler kontrollieren. Unter anderem auch die Toiletten. Die Idioten schmeißen ja auch ihr Zeug in die Klos, obwohl das nicht erlaubt ist. Also ich melde mich wieder bei euch. Tschüss! Verehrte Zuschauer, Sie sehen einen Beitrag der PTV Personalberatung Team Verreckt.